Moin, ich bin Tilman von der Radelbande. Das Centurion Vario R960i ist ein hervorragendes E-Bike-Reise-Enduro. Wir konnten es in den letzten Wochen als Familie ohne Auto bewegen und es hat uns gute Dienste geleistet. Es hat allerdings auch so ein paar kleinere Schwächen offenbart. Und um die geht es in diesem Video, denn in diesem Video wollen wir das Centurion Vario einmal bewerten. Und mit wir meine ich mich. Denn im Wesentlichen bin ich dieses Fahrrad gefahren. Aufgrund der Geometrie, aufgrund der Größe und aufgrund so einiger kleiner Details. Aber darum wird es später gehen. Und wir haben wirklich alles gemacht, was wir mit so einem E-Bike im Alltag halt machen, wenn man kein Auto hat. Und das hat das Centurion Vario alles richtig gut gemeistert. Es hat selbst das Lastenrad meiner kleinen Tochter transportieren können. Also ich weiß nicht, ob man das so machen sollte. Ich werde es auf jeden Fall nicht empfehlen, aber es hat halt geklappt. Ich habe euch das Centurion Vario schon einmal in allen Einzelheiten gezeigt. Und das Video findet ihr jetzt hier oben verlinkt. Ich gehe jetzt nicht mehr so ganz ins Detail wie in diesem Video, sondern in diesem Video werde ich das Rad einmal bewerten. Und zwar nach der Radelbande Bewertungsmatrix. Das sind zwei übergeordnete Kategorien mit jeweils fünf Kriterien, nach denen wir bei der Radelbande die Fahrräder bewerten. Denn wir nutzen die richtig im Alltag und wir holen alles raus, was es so zu entdecken gibt. Aber bevor wir das machen, habe ich noch drei Alternativen für euch. Einmal das Riesel Müller Multicharger. Das ist ein Longtail mit 26 Zoll Rädern vorne und hinten. Ebenfalls im Aluminiumrahmen, ebenfalls im Unterrohr versteckten Akku. Ist diesem Rad hier ziemlich ähnlich, bis halt auf dieses kleinere Hinterrad. Dann noch das Bergamont E-Cargoyle LT. Das hatte ich im letzten Jahr im Test. Schlägt in eine ähnliche Kerbe. Hat ebenso einen Aluminiumrahmen. Hat keine Federgabel, sondern eine Starrgabel und auch nicht so einen kräftigen Motor. Ist aber von der Variabilität ebenfalls vergleichbar mit diesem Rad. Und der dritte Kandidat, der so in die gleiche Kerbe schlägt, ist das Benno Boost. Das hat vorne und hinten 24 Zoll Räder. Verfolgt ebenfalls einen ähnlichen Ansatz. Ist nicht so komplett Cargo-Bike, sondern auch eher Lifestyle-Rad mit extra Cargo-Kapazität. Ähnlich wie die anderen vorgestellten Kandidaten. Auf jeden Fall sind das so die Bikes, in dessen Umfeld sich das Centurion Vario bewegt. Und jetzt beginnen wir mal mit der Radlbeine-Bewertungsmatrix und mit der Fahrdynamik. Und da beginnt es beim Motor. Der Bosch Cargo-Line-Motor, ja, der hat eine gewisse Lautstärke. Ist ja aber ganz gut entkoppelt von irgendwelchen vibrierenden Teilen, die dann auch dafür sorgen könnten, dass der Sound noch irgendwie verstärkt wird. Das hat mir insgesamt gut gefallen. Er hat eine gewisse Lautstärke, aber er ist halt auch richtig kräftig. Und dank dieser Auswahl der Komponenten, also mit der Kettenschaltung, war ich eigentlich nie im Turbo-Modus unterwegs. Nicht mal, wenn irgendwie beide Kinder hinten drauf saßen, sondern ich habe entweder im Tour- oder im Sport-Modus alles abgerissen. Und der Motor hat wirklich viel Kraft und sollte einen auch aus, ja, brenzlichen Situationen ganz gut befreien können. Die Übersetzung ist ebenfalls dementsprechend gewählt, dass ihr auch stärkere Steigungen ohne Probleme hochfahren können solltet. Was dann allerdings auch darin resultiert, dass in den höheren Gängen, also wenn es dann über 25 kmh geht, dass ihr dann keine richtig niedrige Trittfrequenz mehr habt. Von der Lenkgeometrie, von der Abstimmung des gesamten Bikes, merkt man einfach die Erfahrung, die Centurion im Mountainbike-Bereich hat. Dieser breite Lenker, der gibt ein hohes Maß an Kontrolle. Man kann das Rad echt gut in die Kurve legen, das fährt sich sicher, das fährt sich zuverlässig. Und auch wenn man den Lenker loslässt und sich so ein bisschen zurücklehnt und freihändig fahren möchte, dann beginnt das Rad auch nicht sofort an zu schlackern, sondern fährt sehr laufruhig. Die Federgabel macht einen guten Job, die hat mir gut gefallen. Und auch die Bremsen mit diesen riesigen Bremsscheiben, die machen einen richtig guten Job. Jetzt wie gerade auch bei den winterlichen Verhältnissen, die wir in der letzten Zeit hatten, sind auch die Schwalbe Pickup mir positiv aufgefallen. Die funktionieren sowohl auf Schotter, die funktionieren auf der Straße als auch bei Schneeverhältnissen gut. Wenn ihr wirklich viel Offroad unterwegs seid, wenn ihr viele Strecken habt, die durch den Wald führen oder so beim Pendeln, dann gibt es allerdings auch halt die Möglichkeit, hier noch echte Mountainbike-Reifen drauf zu ziehen, weil die sind halt so breit gewählt worden, dass unter den Schussblechen auch noch genug Platz ist für Stollenreifen. Von der Sitzposition war es für mich persönlich sehr angenehm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass besonders kleine Menschen mit dem breiten Lenker irgendwann Probleme bekommen und auch mit dem recht hohen Reach. Vor allem, weil man den Lenker nur mit Werkzeug in der Neigung verstellen kann und dann auch hier vorne natürlich noch die Neigung, also nicht nur die Neigung des Vorbaus, sondern dann auch die Drehung des Lenkers verstellen muss. Und hier auch der Sattel, der lässt sich ohne Werkzeug nur in einem kleinen Maß verstellen. Wenn man das weiter verstellen möchte, dann braucht man definitiv ein Werkzeug. Und der Einstieg ist zwar bequemer als bei anderen Rädern mit 26 Zoll Einstieg, aber auch nicht super gering. Also ich würde eher sagen, dass dieses Bike für sportlichere Personen ausgelegt ist ab etwa 1,70 Meter Körpergröße. Was mir während der Fahrt aufgefallen ist, dass dieses Teil hier in die Wade drückt, wenn ihr im Stehen fahrt. Im Sitzen ist es kein Problem, also bei normaler Fahrt. Aber wenn ihr aufstehen müsst, müsst ihr hier auf diesen Bügel ein bisschen aufpassen. Der ist jetzt nicht scharfkantig oder so, aber er drückt halt ein bisschen in die Wade. Und jetzt geht es weiter mit Design, Konstruktion und Innovation. Centurion ist nicht der erste Hersteller, der auf zwei unterschiedliche Radgrößen setzt bei einem Longtail-Lastenrad. Allerdings ist die Kombination aus 26 Zoll vorne und 24 Zoll hinten doch verhältnismäßig ungewöhnlich. Dadurch bekommt das Rad so eine nach hinten abfallende Linie, die aber nicht ganz so unharmonisch wirkt, wie das bei anderen Longtails ist, die vorne 26 und hinten 20 Zoll haben. Sondern das wirkt optisch meines Erachtens sehr harmonisch und bringt natürlich trotzdem dadurch den Schwerpunkt hinten etwas weiter nach unten. Centurion schafft es auch, seine Designlinie in dieses Lastenrad zu übertragen mit diesen scharfen, akzentuierten Linien, mit diesen Ecken im Design und trotzdem einen verhältnismäßig niedrigen Einstieg hinzubekommen. Das haben sie meines Erachtens gut gemacht. Und Centurion schafft es auch, dass viele verschiedene Leute in verschiedenen Größen dieses Fahrrad mit einer einzigen Rahmengröße fahren können. Ein paar Kleinigkeiten sind mir aber auch bei der Konstruktion aufgefallen. Die innenverlichten Züge hier, das ist richtig schön gelöst, das sieht sauber aus. Allerdings ist irgendwie gefühlt die Federgabel vergessen worden. Klar, bei einer Federgabel das innenlang zu führen ist ziemlich aufwendig, ziemlich komplex. Aber wenn es hier einfedert, dann kratzt das hier vorne an dem Gepäckträger und das macht komische Geräusche. Und hier hinten das Kabel, das dann zum Licht führt, das wirkt auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Hier auf der Innenseite der Kettenstrebe sind Ausgänge für zwei Baudenzüge. Zum Beispiel für eine Enviolo-Nabenschaltung. Aber leider gibt es das Centurion nicht mit einer Nabenschaltungsoption und auch nicht mit einer Riemenoption. Eine Öffnung hat es leider auch nicht. Also müsste man den Riemen dann irgendwie hier oben langführen. Das ist ein bisschen schade. Ein Punkt, der mir wiederum sehr gut gefällt, ist, dass die Akkuklappenentriegelung und Verriegelung hier oben ist und nicht da unten. Und man somit niemals dreckige Finger bekommt, wenn man den Akku rausnehmen möchte. Und als letzten Punkt in diesem Bereich ist das Spike noch mit dem BES-2-System ausgestattet. Also mit dem alten Bosch-System. Das funktioniert allerdings in 2023 noch hervorragend. Und ich glaube auch, dass es in 2024, 2025 und 2026 hervorragend funktionieren wird. Es natürlich aber dann nicht den kompletten Umfang der Funktionen bieten wird, wie zum Beispiel bei dem smarten System. Ihr müsst für euch selber entscheiden, ob ihr diese Funktion benötigt. Auch weil sich viele Funktionen mit einem Dritthersteller eben nachrüsten lassen, wie zum Beispiel den GPS-Tracker. Da könnte man einen Tracker von It's My Bike zum Beispiel nehmen. Aber das ist natürlich so ein bisschen kontrovers, das Ganze. Kauft man in 2023 oder 2024 noch ein Bike mit dem alten System? Ich glaube, gerade dann, wenn ihr schon ein Bike mit dem alten Bosch-System habt, dann ist es gar keine Frage. Weil dann könnt ihr das gleiche Ladegerät verwenden, tendenziell oder eventuell, je nachdem, was für ein Bike ihr habt, auch Akkus tauschen etc. Und auch die Dual-Batterie oder Dual-Akku-Funktion könnt ihr mit diesem Bike schon ohne weiteres nutzen, falls ihr die große Reichweite braucht. Also 50-50. Aber das Schöne ist hier, es hat immer das Kiox-Display verbaut, das schon einige smarte Funktionen und auch eine einfache Navigation bietet. Ähnlich wie es das Kiox 300 und 500 Display im smarten System machen können. Also da habt ihr im Alltag wirklich kaum eine Einschränkung. Aber da sind wir auch schon bei dem Punkt Ausstattung. Der Sattel, die Sattelstütze, die Griffe und die Pedale sind durchschnittlich. Der Sattel ist ziemlich fest gepolstert, eignet sich aber gut für diese nach vorne geneigte Sitzposition. Die Griffe haben eine ergonomische Form, fassen sich aber fällnismäßig gummimäßig an. Und die Pedale sind aus Kunststoff, sind groß genug und da rutscht man auch nicht so einfach weg. Also das passt schon insgesamt. Was auch passt, ist die Ausstattung des Bosch-Systems, also mit dem Kiox-Display, das, wie schon gesagt, diese smarten Funktionen bietet. Und was ich auch gut finde, ist der 625er Akku, der in Verbindung mit diesem effizienten Antrieb Reichweiten im Stadtverkehr von gut und gerne 65 Kilometern ermöglicht. Das ist ziemlich gut für ein Rad, das dann, wenn es schwer beladen ist, halt auch schwer angetrieben werden muss. Die restliche Ausstattung mit der Federgabel, dem Scheinwerfer, dem Bremsen und auch der Schaltung, das ist alles gut gewählt und ist auch alles oberhalb des Durchschnitts. Gerade die Kontaktpunkte sind natürlich persönlicher Geschmack. Die lassen sich aber auch fällnismäßig einfach tauschen, wenn die nicht zu euch passen sollten oder wenn sie verschlissen sind. Ein Punkt, den es zu beachten gilt, hier vorne, das Vorderrad ist mit einer Schnellspannachse befestigt und nicht mit einer normalen Schraubsteckachse. Das macht es dieben natürlich leichter, so ein Vorderrad einfach mal mitzunehmen oder wenn ihr nicht aufpasst und das Rad mit dem Vorderrad irgendwo festschnallt, dann ist auch mal schnell das ganze Fahrrad weg. Also da würde ich, wenn ihr das kauft, eine normale Steckachse einfach nachrüsten. Ansonsten ist aber ausstattungsmäßig wirklich alles mit dabei und da geht es auch so ein bisschen um den Preis. Beim Vario ist für den Preis von 5.899 Euro wirklich alles mit dabei, was ihr eventuell unter Umständen vielleicht zukünftig brauchen könntet. Das hat Vorteile, aber das hat auch den einen oder anderen Nachteil, weil ihr könnt nicht auswählen, wie ihr euer Bike haben wollt und ihr könnt somit auch kein Geld sparen, wenn ihr nur die Basis braucht und euch bestimmte Sachen irgendwie selber aufbauen wollt. Oder wenn ihr nicht die VD-Taschen nutzen wollt, sondern eigene Packtaschen habt, die ihr nutzen wollt, dann kriegt ihr aber trotzdem die VD-Taschen dazu und auch den Bügel. Die genannten Alternativen sind bis auf das Benno günstiger im Grundpreis und besonders sticht da das Multi-Charger heraus, dass es in der Family-Version für 5.199 Euro gibt. Das Bergamont ist auch nochmal eine ganze Ecke günstiger, wenn ihr das allerdings so weit ausstattet wie dieses hier, kommt ihr etwa auf den gleichen Preis und das Benno ist im Grundpreis schon teurer als dieses Fahrrad hier. Und somit ist es meines Erachtens schon fair eingepreist, aber es ist wirklich schade, dass Zenturion eben keine Möglichkeit hat, dass ihr beim Kauf dieses Fahrrads irgendwie Geld sparen könnt, wenn ihr weniger Ausstattung nehmen wollt. Also ich kann verstehen, warum Zenturion das macht, aber für euch ist es halt schade, dass es für dieses Bike nur diesen einen Preis gibt. Kann das Rad denn qualitativ mithalten, höre ich dich jetzt fragen. Und da sind wir beim letzten Punkt, Qualität und Wartung. Der Rahmen des Zenturion Vario ist hervorragend verarbeitet. Sowohl die Schweißnähte, die Verbindungen, die sind alle massiv gearbeitet. Man sieht die Schweißnähte, das finde ich auch gut, das soll so sein. Dann sieht man nämlich auch, wie dieser Rahmen hergestellt wurde. Und auch die Lackqualität ist meines Erachtens richtig gut gelungen. Und auch diese ganzen Applikationen, das sind keine Aufkleber irgendwie auf dem Lack, sondern das ist alles unter dem Lack und somit auch sehr langlebig. Was so ein bisschen natürlich leidet, sind die Extremitäten. Also hier dieser Bügel, solche Teile, die schrappen einfach irgendwo mal dran. Aber auch da, der ist richtig widerstandsfähig. Wir hatten ja, wie gesagt, in den letzten Wochen richtiges Schietwetter und deswegen ist einiges an Dreck hier gegen das Fahrrad gekommen. Es hat aber ohne weiteres, ohne Probleme funktioniert. Hier das Motorgehäuse ist nochmal extra geschützt mit einer Verkleidung. Und auch der Ständer hat ohne Probleme funktioniert. Dieser Auslösemechanismus etc. Das Einzige, was passiert ist, dass dieses Leitröllchen der Kette ein bisschen rausgewandert ist. Warum auch immer. Ich habe da einen neuen Ständer gekriegt und bei dem war das jetzt nicht mehr der Fall. Wo man sich natürlich immer drum kümmern muss. Das Vario hat immer eine Federgabel und immer eine Kettenschaltung. Also wenn ihr ein Vario kauft, dann würde ich auch auf jeden Fall noch eine Dämpferpumpe mitbestellen. Weil das hier ist eine Federgabel mit Luft. Dadurch, dass es Luft ist, muss man das auch regelmäßig überprüfen und regelmäßig nachpumpen. Und um die Kette muss man sich natürlich auch regelmäßig kümmern. Aber dadurch, dass das Rad im normalen Zustand, also wenn es unbeladen ist, so steht, dass das Hinterrad in der Luft hängt, kann man sich richtig einfach um die Kette kümmern. Wenn das Rad dann nochmal zum Service muss, dann gibt es ausreichend Händler in ganz Deutschland. Wobei es da eine deutliche Nord-Süd-Grenze gibt. Also im Süden ist die Händlerdichte von Centurion deutlich größer als im Norden. Insgesamt muss ich sagen, ist das Fahrrad hervorragend verarbeitet. Es ist kein Set-and-Forget-Fahrrad. Also man muss sich da einfach regelmäßig drum kümmern, wenn man lange Freude daran haben möchte. Aber diese Wartung wird einem verhältnismäßig einfach gemacht. Das waren alle Punkte aus dem Bereich Fahrrad. Und jetzt geht es in Richtung Lastenrad. Und wir beginnen mit der Variabilität. Das Centurion Vario wurde so gestaltet, dass man es sehr variabel nutzen kann. Morgens die Kinder zur Kita hier mit den Kindersitzen und dann schnell die Kindersitze raus, eine Eurobox rein und weiter zum Einkaufen, zur Arbeit, irgendwelche Dinge transportieren. Das gelingt wirklich sehr einfach. Und die Taschen, das Zubehör ist auch so dazu gestaltet, dass es diese Aufgaben unterstützt. Allerdings sind diese Dinge auch so ein bisschen einschränkend. Also die Tasche ist dafür da, um wirklich Dinge hier einfach reinschmeißen zu können und dann einfach rausholen zu können. Allerdings ist der Abstand, wenn die Tasche hier so ist, schon verhältnismäßig klein. Man muss die Tasche also so nach unten ziehen, um größere Taschen hier rein zu bekommen. Wenn man die Taschen demontiert hat, dann gibt es auch leider keine Möglichkeit, um hier mit diesem verbauten Bügel einfach irgendwelche eigenen Packtaschen zu montieren, weil diese Strebe hier den Zugang zu dem eigentlichen Gepäckträger verhindert. Das ist ein bisschen schade. Der vordere Gepäckträger kann mit 15 Kilogramm zwar genug ab, ist aber insgesamt etwas klein geraten. Da hätte ich mir auch in dem Gesamtbild des Fahrrads einen deutlich größeren Gepäckträger gewünscht oder halt auch einen Gepäckträger, in den man einfach irgendwelche größeren Körbe oder so einklicken kann. Denn diese Tasche passt hier zwar drauf, aber in diese Tasche selber passt auch nicht so viel rein. Die zulässige Gesamtlast für das Fahrrad ist ebenfalls ein limitierender Faktor, besonders wenn die Person auf dem Sattel an sich schon verhältnismäßig schwer ist. Aber dafür sind die 70 Kilogramm, die man hier hinten auf den Gepäckträger laden kann, schon großzügig bemessen. Und hier unten könnte man einen Adapter für eine Anhängerkupplung montieren. Das geht aber nur dann, wenn diese Teile hier und auch diese Packtaschen nicht montiert sind. Also insgesamt von der Variabilität gibt es schon die ein oder andere Einschränkung bei diesem Fahrrad. Es ist aber insgesamt schon so gestaltet, dass man es sehr vielseitig nutzen kann. Besonders, wenn man Kinder hat. Egal, ob ihr kleine oder große Kinder habt, Centurion bietet eine Möglichkeit, um sie mitzunehmen. Also bis zu zwei Stück halt. Und zwar auf der einen Seite gehen wir mal vom großen Kind runter. Dann gibt es halt dieses große Sitzpolster hier. Das ist wirklich sehr bequem gestaltet. Diese Oberfläche hier, da muss man natürlich bei Regenwetter ein bisschen aufpassen. Aber dadurch, dass man die sehr einfach von der Ladefläche entnehmen kann und auch das Polster sehr einfach abbauen kann, könnte man das auch einfach immer mit reinnehmen. So einfach sieht das jetzt gar nicht aus. Kann man das auch sehr einfach mit reinnehmen und einfach drin trocknen, wenn es mal nass werden sollte. Oder halt einfach so vor Nässe schützen. Das kleinere Polster, das dann dafür da ist, um es zusammen mit einem Kindersitz zu verwenden, ist hingegen nicht ganz so gemütlich. Also dieses Moosgummi, das ist zwar auch weich, aber dadurch, dass es hier an der Seite noch diese scharfen Kanten hat, ist das nicht ganz so bequem. Also hier würde ich mir einfach noch ein weiteres Polster obendrauf wünschen. Wenn ihr dann noch kleinere Kinder habt, dann bietet sich natürlich die Möglichkeit an, hier mit solchen klassischen Kindersitzern zu arbeiten. Und hier ist halt die Möglichkeit da, um sowohl dieses Thule Easy-Fit-System als auch von der Seite klemmbare Systeme zu nutzen. Also da gibt es genug Möglichkeiten. Das einzige Problem ist aber, dass mit diesen Taschen hier sich keine zwei Kindersitze hier montieren lassen. Beziehungsweise es lässt sich damit kein Kindersitz in der vorderen Position montieren, sondern entweder in einer mittigen Position oder in der hinteren Position. Weil diese Taschen nach vorne einfach nicht lang genug sind. Das heißt, wenn ihr zwei kleine Kinder habt, die in solchen Sitzen sitzen müssen, dann könnt ihr diese Seitentaschen nicht verwenden. Dann habt ihr allerdings auch nicht viele Möglichkeiten, um noch weiteren Kram mitzunehmen, weil die Seitentaschen dann ja nicht mehr dran sind. Sondern dann müsst ihr alles irgendwie vorne auf diesen kleinen Gepäckträger quetschen. Das finde ich ein bisschen unpraktisch. Aber sobald ein Kind größer ist und das andere Kind kleiner, dann kann es hier hinten ganz einfach sitzen und das größere Kind setzt sich dann hier vorne auf dieses Polster drauf. Hat allerdings da auch wieder durch diese eng geschnittene Tasche nicht so viel Platz für die Beine. Aber es funktioniert insgesamt trotzdem gut. Hier würde ich mir einfach wünschen, dass diese Taschen hier vorne nochmal etwas länger wären und damit noch einen etwas besseren Abschluss hier mit diesem Bügel auch finden könnten. Aber ansonsten für ein Longtail bietet das Centurion Vario schon wirklich einige Möglichkeiten, um damit mit kleinen Kindern unterwegs zu sein. Und diese Taschen, die sind auch wirklich klasse im Alltag. Und da gehen wir jetzt aufs Zubehör ein. Denn das Zubehör macht das Lastenrad. Und in diesem Fall ist das so, dass es im klassischen Sinne kaum Zubehör gibt. Das einzige Zubehör, was ihr bestellen könnt, ist hier diese zweite Akku-Option. Zubehör, weil einfach alles mit dabei ist. Ich habe es schon gesagt. Und alle diese Anbauteile, die sind wirklich von hoher Qualität. Die sind gut verarbeitet. Die haben viele coole, spannende Funktionen. Mir gefällt auch, dass zum Beispiel im Falle dieser Taschen das Ganze nachhaltig produziert wurde. Die kommen von VAUDE. Und was für den Alltag auch relevant ist, diese Packtaschen hier, die haben Ablauflöcher. Ja, man höre und staune. Das kriegen längst nicht alle Hersteller hin, weil die eben auch speziell für den Zweck designt wurden, damit eben die Kinder ihre Beine da reinstellen können, damit man einfach alles reinschmeißen kann und diese Taschen auch geöffnet bleiben können. Allerdings würde ich mir schon wünschen, dass es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, das hier abzudecken. Hier oben, wenn diese Taschen irgendwie dauerhaft offen sind und das irgendwie reinschneidet, dann dauert es natürlich schon ein bisschen, bis das wieder abgetrocknet ist. Die vordere Tasche, die ist cute. Aber sie ist einfach ein bisschen zu klein. Aber insgesamt bin ich vom Zubehör sehr zufrieden. Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, ist, wie bei den meisten Longtails, irgendeine Möglichkeit hier einen Wetterschutz für die Kinder zu haben. Was natürlich gut ist bei dem Rad, sind die mehreren Anschraubpunkte für Flaschenhalter oder ähnliches oder auch für ein Schloss. Und da sind wir jetzt bei dem vorletzten Punkt, parken und rangieren. Rangieren wir doch mal. Ja, und wie ihr seht, ist das Rangieren mit dem Centurion Vario wirklich äußerst einfach. Und was den Alltag mit diesem Rad ebenfalls sehr einfach macht, ist dieser geniale Ständer. Das ist wirklich einer der besten Ständer, den ich im Longtail-Bereich bisher gesehen habe. Denn er ist richtig schön breit. Er lässt sich einfach bedienen. Da muss man zwar immer so ein bisschen an diesem Hebel einmal arbeiten. Und das Rad steht wirklich sicher. Selbst mit zwei Kindern hinten drauf, selbst mit einer breiten Last, braucht man keine Sorge haben, dass dieser Ständer einfach abstürzt. Und auch wenn man jetzt hier an dem Ständer oder an dem Hebel versucht zu ziehen, dann geht das nicht so einfach, sondern man muss so ein bisschen Last von dem Ständer runternehmen. Und dann kann man diesen Hebel auch ziehen und den Ständer einklappen lassen. Das heißt, selbst wenn Kinder an diesem Hebel mal rumspielen sollten, fällt das Fahrrad nicht einfach plötzlich um. Und auch wenn man das Rad dann wieder auf den Ständer bringen möchte, selbst im beladenen Zustand ist das wirklich äußerst einfach, weil man keinen großen Widerstand überwinden muss, sondern man zieht das Rad einfach nur ein bisschen nach hinten und schon steht das Rad sicher auf diesem Ständer und kann auch nicht nach vorne runterfallen. Wenn man dann den passenden Platz gefunden hat, dann muss man das Rad ja auch irgendwie anschließen. Und wir haben hier die Möglichkeit, eine Schlosshalterung hier unten zum Beispiel zu montieren. Allerdings gibt es keine Möglichkeit, ein Speichenschloss festzumontieren und somit auch keine Einsteckkette, sondern man muss da mit einem externen Schloss arbeiten. Und dadurch, dass hier hinten dieser Gepäckträger so breit ist und auch hier vorne halt das mit einem Schnellspanner befestigt ist, das Vorderrad, ist das Finden eines Parkplatzes ab und zu nicht ganz so einfach. Man kann natürlich hier diese Räume gut nutzen, um ein Schloss durchzuziehen, aber das Schloss muss auch lang genug sein. Der Vorteil ist aber auch durch diese offenen Packtaschen, dass man dann ein Schloss einfach hier hinten reinschmeißen kann. und dadurch, dass das hier Taschen sind, klötert das dann auch nicht in der Gegend rum, wenn man dann damit fährt. Also insgesamt für den Alltag beim Rangieren und beim Parken ein sehr gutes Erlebnis, aber ein Speichenschloss wäre für den Alltag schon sinnvoll. Und der letzte Punkt in der Radlbahne-Bewertungsmatrix ist der Punkt Sicherheit. Durch diese sportliche Sitzposition vermittelt das Rad ein sicheres Fahrgefühl. Es könnte allerdings für die eine oder andere Person etwas zu sportlich sein, weil man dann doch den Nacken vielleicht etwas zu stark verrenken muss. Aber ich habe mich darauf sehr wohl gefühlt und hatte immer das Gefühl, auch bei Schnee sicher unterwegs sein zu können. Hi, hier ist Editing-Tilmann und ich habe noch eine Ergänzung vorzunehmen. Und zwar habe ich das beim Drehen vergessen zu sagen, wenn zwei Kinder hinten auf dem Gepäckträger sitzen, dann wandert der Schwerpunkt ziemlich weit nach hinten und teilweise auch hinter die Hinterachse. Das heißt, das Vorderrad könnte recht leicht steigen, wenn ihr stark beschleunigt. Also, wenn ihr zwei Kinder hinten drauf habt, dann entweder ein bisschen Beladung vorne auf den Frontgepäckträger bringen oder aber nach vorne lehnen, wenn ihr stärker beschleunigen wollt, weil ansonsten könnte das zu einer kritischen Situation führen. Und jetzt wieder zurück zu dem anderen Tillmann. Also mit diesen großen Bremsscheiben, vier Kolbenbremsen vorne und hinten, da hat man in jeder Situation eine gute Modulation und ausreichend Bremspower, um schnell zum Stehen zu kommen. Bei der Beleuchtung ist es so, dass der Scheinwerfer ausreichend hell ist und so ein hübsches Blumenmuster auf die Straße wirft und auch mitlenkt. Das heißt, selbst wenn ihr durch einen Wald fahrt oder so, habt ihr immer ein ausreichendes Licht vor euch. Die Rückleuchte ist ausreichend hell und auch von der Seite gut sichtbar, weil Centurion daran gedacht hat, die Rückleuchtenhalterung zu verlängern, sodass das Rücklicht über die Taschen hinausragt. Gute Idee, sollten viele andere genauso machen. Und auch von der Reflektorensituation tun die Taschen hier übrigens, neben dem ganzen STVZO notwendigen Gedöns natürlich. Nur vorne fehlt bei meinem Testrad ein Reflektor. Bei der Sicherheit für die kleinen Passagiere ist es so, dass die hier durch diesen Bügel echt gut geschützt sind. Der wirkt sehr massiv. Dieser extra Bügel hier außen führt nochmal außerhalb der eigentlichen Handstütze vorbei, sodass, wenn das Fahrrad umkippen sollte, nicht sofort die Hände auf dem Boden sind, sondern erstmal dieser äußere Bügel. Und diese Tasche verhindert dann auch, dass die Beine irgendwie auf die Straße fallen und dass die Kinder dann davon irgendwie Schürfwunden oder so erleiden. Also dann, wenn das Rad tatsächlich dann doch mal umkippen sollte, sind die Kinder hier hinten drauf doch ziemlich gut geschützt. Das Einzige, was mir nur aufgefallen ist, ist, dass der Bügel verhältnismäßig niedrig ist. Das heißt, wenn die Kinder hier drauf sitzen, dann ist der Bügel nicht auf Brusthöhe, sondern eher auf Hüfthöhe und somit niedriger als bei den meisten anderen Longtails. Insgesamt bietet das Vario für ein Longtail eine hohe Sicherheit. Das Einzige, worauf man verzichten muss, ist ein Bremslicht und ein Fernlicht. Aber ich glaube, das ist verschmerzbar. Das waren jetzt alle Punkte aus der Radlbarne-Bewertungsmatrix. Aber für wen ist das Centurion Vario jetzt am besten geeignet? Es ist ein E-Bike-Reise-Enduro, wie ich das gesagt habe. Und somit ließe es sich zum Beispiel hervorragend für lange Radreisen mit dem E-Bike verwenden. Wenn ihr wirklich viel mitnehmen müsst oder wollt, wenn ihr mit euren Kindern verreisen wollt, wenn ihr längere Strecken fahren wollt, auch dank der Doppel-Akku-Option, dann ist das ein Fahrrad für euch. Und auch gerade dann, wenn ihr etwas sportlicher unterwegs sein wollt. Denn durch diese Geometrie, durch diese großen Räder rollt das Vario wirklich überall rüber. Und es kann kaum etwas schrecken. Ich war mit dem Multi-Charger vor zwei Jahren im Harz mit meiner Tochter. Und ich glaube auch, dass dieses Bike mit angepasster Bereifung die gleichen Aufgaben genauso bewältigt hätte. Also so eine Art Mountainbike-Longtail-Lastenrad. Das Vario lässt sich auch sehr lange mit Kindern nutzen. Also gerade vom Kleinkindalter dann noch mit einem klassischen Kindersitz, bis sie dann tatsächlich irgendwie ins Teenager-Alter kommen und sich dann hier hinten auf diesen Gepäckträger ohne das ganze Giraffel hier setzen können. Das funktioniert ebenfalls sehr gut. Also wenn ihr ein Rad sucht, das sportlich ist, das im Alltag richtig schnell ist und das auch sehr gut funktioniert, wenn ihr mal keine Beladung drauf habt, dann ist das Centurion Vario sicherlich ein guter Kandidat. Aber jetzt schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Centurion Vario haltet. Wäre das euer perfektes Lastenrad? Was würdet ihr euch noch wünschen, was Centurion ergänzen könnte? Sagt es mal in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Bis dann.